Musik Ja, servus meine Lieben und Mädels, ich begrüße euch rechtzeitig zu einer neuen Folge Rainbow Six Und wir spielen heute wieder ein bisschen Ranked, immer noch Ähm, wir müssen Bombe lokalisieren und wir spielen auf Origone Auf Origone spielen wir Immer noch eine meiner Lieblingsmaps Oder eigentlich sogar, ich muss zugeben, eigentlich ist es sogar meine Lieblingsmap Eigentlich ist es sogar meine Lieblingsmap Okay, da war eine Welk, die hat es verstärkt Richtig wird nicht gesehen Also die Dropper sind alle dicht Jetzt wollen wir nur gucken, ich hoffe die haben keinen Mute und der Mute ist nicht schlau Mal Scron Peak Shit abwehren Gehen wir direkt mal schießen Kann ja immer mal sein Wobei, die verfickte Cam, da hinten war die, ne Leider nicht aufgekommen, ich bin noch ein bisschen doof Mal, guckt da hier oben jemand durch Da guckt keiner durch Da ist nichts verstärkt, aber hier ist irgendwo ein Irgendwo hier ist einer Irgendwo ist der, er kann sich nicht ewig verstecken Wo ist der Virgil? Ist irgendwo ein Virgil? So Mach da auf Ich achte mal auf die Treppe, während die, äh, Twitch da beschäftigt ist Mein Problem, Kollege Den haben wir, sehr gut Das war's für den Biss ich down geschossen worden? Das kann doch nicht wahr sein Ja, was soll ich machen, wenn der da hinten ist? Ich kann ja auch nichts dafür, Kollege. Ich kann ja nichts dafür, wenn mein Teammate da hinten nicht mal die Bombe irgendwie mal hinlegt. Wie lange der gebraucht hat. Kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist halt immer das, was man nicht im Team spielt. Nee. So, wir machen mal den Mute, denn wir wenden den Trick auf jeden Fall an. Nitro, oder was haben wir noch? Nö, wir nehmen das Nitro irgendwie auf jeden Fall. Animalektore. Animal, was ist das? Das kann ja nicht sein. Was soll das? So. Vielleicht erstmal einen Jammer auf jeden Fall oben an die Trapper legen. Laufen. Laufen, 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 laufen. Ich hoffe, dass man einen Jammer sind. Nee. Fuck. Wir haben uns verschossen. So, hier verlegen wir dann hier oben den Jammer drauf. Der gute alte Jammer-Trick. Hallo. Aha. Der gute alte Jammer-Trick. Wir müssen erst mal Licht machen. Wir safen den Dropper hier ein bisschen. Ich dachte, hier kämpft man natürlich. Also, es war gut, eine übliche Praktik hier. Um mir zu verhindern, dass die Jungs hier ganz easy reinlaufen. Bin ja nicht doof. So, ich würde sagen, wir machen noch einen Jammer auf jeden Fall. Machen wir noch einen Jammer hier dran. No Spawn-Kill. Hey, der hat hier einen Protection-Oil gemacht. Das ist sehr, sehr vernünftig. Ernsthaft? Wie geht denn das? Ich hab doch da oben einen verfickten Jammer gesetzt. Wird's mich verarschen? Kann doch wohl nicht wahr sein. Ey, ernsthaft? Ich hab doch da einen verdammten Jammer hingesetzt. Wie ist denn sowas möglich? Kann doch wohl nicht wahr sein. Ich hab jetzt gerne das Rotation-Oil ab, wenn ich da mal grad... Oh. Ja, das wollte ich auch gerade. Fack mir so gerade auf. Moment mal. Hilf mal kurz der Mira hier. Ich stelle da mal hier einen Jammer ein. Komm bitte. Ganz gut genug Leute da hinten hin. Kannst mir hier richten. Okay, das war's leider für den Kollegen. Mensch. Scheiße. Probieren kann man's ja mal. Schneller, mein Lieber. Das ist nicht erwischt. Das ist nicht erwischt. Das ist keiner. Da ist noch einer. Das ist der Legion. Lesion. Ich glaub, das werde ich verlieren, wenn ich das nochmal mache. Wo ist denn der? Deshalb macht man das... Deshalb macht man das... Fenster soweit es geht nach rechts dann auch. Ich weiß, wo er ist. Da ist ich gleich auf der Treppe. Sehr gut. Oh, ich hab's sogar echt geschafft, in den Raum zu rotieren noch. Obwohl ich geblendet war. Sehr gut. Nice one. Schön gemacht. Da hatten sie nicht wirklich eine Chance. Aber die Mira hat das Fenster nicht... Liegt sehr gut gesetzt auf jeden Fall. Muss man dazu sagen. Aber, äh, war ja alles gut. Wir haben gewonnen. Alles schick. Ich beschwere mich ja nicht deswegen. Ich hab nur gesagt, es war nicht so gut gesetzt. Ne, also von daher. Alles gut. Ja, also Hibana muss ich echt sagen, auf dem Map Main. Ich spiele ich eigentlich immer, weil... Ähm, das mit den Droppern ist immer so eine Sache. Die werden immer benötigt. Also, die werden immer zugemacht, die Dropper. Deswegen... Ich nehm dir eigentlich so... Ich würde sagen, 90% nehm ich hier Hibana in einem Angriff. Auf jeden Fall. So. Wollen wir mal gucken. Na, komm. Nimm ich den diesmal. Ich wäre der wenigstens der Schnellste gewesen am Point. Guck mal, wie es diesmal läuft. Dann werde ich am Anfang nicht weggeholt. So. Schauen wir mal. Next round. Übrigens, Entschuldigung, falls man die ganze Zeit meinen Rausch... Dies ist so ein kleines Rauschen hört. Liegt einfach daran, ich... Ah, die unten haben sie verteidigt. Ähm, ich hab, äh, Ventilator laufen. Sonst halte ich es hier aktuell in diesem... dieser Bude nicht aus. Die sind wohl oben. Die werden wohl oben sein. Hier ist ein... ...Vergil. Ich hab hier natürlich besöhnlich nichts. Der einer White Stairs. Ähm, ja, ich würde sagen, wir gucken mal, dass wir mal... ...über Schrottplatz gehen und dann gucken wir mal, ob wir uns so links durchschlagen können. Sprich, hier unten durch den Gang und vielleicht White Stairs gehen. Aber ich hab Hoffnung, dass vielleicht White Stairs nicht so gut abgedeckt ist. Oh, das war schlecht von mir. Okay, da vorne haben sie zugemacht. Ich überlege gerade, ob ich das einfach mal aufschießen soll. Ich hab hier noch Stress machen. Schnellschott, Achtung, und... ...Headshot. Okay. Schauen wir die. Ob hier irgendwo jemand auf uns wartet. Der Tower ist immer so eine Sache. Ja, da oben ist aber aufgemacht worden. Ich hab nur das Gefühl, dass der Kollege abgehauen ist. Ich glaub nicht, dass ich den Spot jemand kennt. Naja, ich wollt schon sagen. Wer da? Ja, ich wollt schon sagen, den Spot kennt auch keiner. Ich würde gerne White Stairs, wie gesagt, reingehen. Breach Charge Prime, breaching. Going live. Ich sage die Beobachtung. Ich würde mich für die Schmerzen Verzockung geben. Ich würde mich auch für eine Gefäckersteigung. Ich würde mich für die Zache reden과 experienceen. Ich würde mich für die Zache reden und verbinde. Ich würde mich für die Gebe durchgeteißen. Ich würde mich für die Zache reden und würzeigern. Ich würde mich für die Zache reden und beobacht. sauber schön unterdruck gesetzt ich muss noch einer steuerung klar kommen ich habe es gerade gemerkt bei dem fight jetzt gerade eben an der treppe habe ich habe ich falsch verhalten weil das hat man das hat so ausgeht als ich mich falsch verhalten hätte meine ich ich habe die falsche tasten gedrückt ich muss mich noch in die neue maus gewöhnen ist ja das erste mal dass ich so mit der maus wirklich richtig in diesem spiel agiere deswegen das war jetzt so ein bisschen ja kann man besser machen er nimmt sie wieder mir sie nimmt wieder mir okay dann bleibe ich auf jeden fall auf mute denn sie wird wahrscheinlich sich ein fenster setzen und dann kann ich das muten für die gute mira ich würde eigentlich gerne weiß der es machen würde ich gerne weiß dass gehen weil das immer eigentlich ein geiler point ist wenn sie wenn sie dich halt ja leg doch hin leg doch hin hallo schnell dahin ich will die eben abwehren dass die drohnen hier reinkommen mal weg so dass die drohnen jetzt zumindest erstmal nicht jetzt hinkommen dass wir mal gerade eben zeit haben rein machen da ist auch eine rotation gemacht worden würde ich sagen verstärk ich mal hier auch wenn sie mir was ich hier ihr fenster hin macht ich werde wahrscheinlich auf jeden fall weiß der so bleiben weil es eigentlich immer ein sehr nicer ort ist jetzt muss ich nur mein gemmer noch eben kriegen er wurde zerstört aber macht nichts bleibt die verkrieg hier hier kann ich hier bleiben gesagt ich gehe sehr gerne white stairs das ist ja nur nach unten decken erst mal weil die kollegen ja noch hier oben sind jetzt mal hier die nicht ... ... ... ... Ich bin ein Bandit Ich bin ein Bandit Ich bin ein Bandit Danke Ich bin ein Bandit Ich habe ein Bandit dieser wächser das zu machen machst du nix geht mir mit der diegel ein das kann ja wohl nicht wahr sein was ist denn mit dem los ich habe den gedauert gab es habe ich gar nicht gesehen weil ich geblendet was in der zeit ist klar ja da hat ich mein team natürlich überrennen lassen wie man sieht weil es ist ein sehr sehr neister ort eigentlich ein sehr neister ort auf jeden fall war es nur nicht ganz so geil naja gut müssen wir das ganze noch mal ein bisschen besser hinkriegen 22 steht gerade sollte genau so rausgekattet nicht mal ganz kurz ganz kurz wohin so ja müssen wir jetzt ein bisschen besser werden in der runde hoffentlich hatte ich mein team wirklich sehr schnell weg holen lassen hätten vielleicht auch eine rotation haben sollen ja sehr gut dass sie da ich was bin ich doof das vorstehen auch da rein das war richtig dumm von mir ja das war nicht so geil muss man sagen das war nicht so geil das geht das geht doch bestimmt nicht da hat sich mein team recht schnell weg holen lassen das war recht ärgerlich natürlich aber ich werde dass selber auf jeden fall wieder machen und einfach mal drauf schießen man weiß nie das kann nur das kann auch keiner auch keiner wieder wir gucken mal hier ist diesmal keiner gewesen in keiner art und weise auch kein schläfer oder sowas der hier wartet ist schon drinnen laufe ich hier mal hinterher bouge Das war ja richtig dumm von mir, Alter. Da stand einer in der Ecke. Hätte das gedacht. Hätte das gedacht, dass er da in der Ecke steht. Mit einem Schuss. Oh Mann. Das war richtig dumm von mir gerade. Kapital, to your left. Nice, nice one. Nice! Hat er den wirklich gemessert? Das ist ja unglaublich. Boah, der war ja richtig schlecht. Was ist denn mit dem los? Wie der verzogen hat? Heftig. Aber geil, ne? Dann springe ich da einfach rein und der Legion ist rechts von mir. Da hatte ich richtig nice von mir, ne? Da hatte ich richtig nice jetzt von mir. Geiles Gameplay. Ja, was machen wir die Runde mal? Ich würde sagen, wo gehen die überhaupt hin? Wir nehmen mal kurz Blackree. Kurz gucken. Die gehen Kinderschlafsäle. Okay, wir bleiben dabei. Wir machen das diesmal ein bisschen anders mit Blackree auf jeden Fall. Und probieren mal, ob wir einen geilen Kameraspot hinkriegen für draußen. Fürs Dach. Gucken wir mal. So. Wir probieren das Ganze einmal aus. Ich glaube, das war hier, ne? Genau, da ist er. Der Turm, den habe ich gesucht. Was holst du von mir? Was holen das? Okay, den habe ich schon mal gefunden. Auf jeden Fall den Spot, den ich gesucht habe. Schon mal da hinsetzen. Wir laufen zurück. Und gehen da hin, wo wir hinwollen. 10 Sekunden. 5 Sekunden zur Insertion. Op 4 hat eine Bombe. Du wirst beobachten, wenn du in dieser Region restieren möchtest. Die Location hat verabschiedet. Das war knapp. Das war knapp, 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 knapp. So, ich bleib wieder White Stars auf jeden Fall. Aber ich mache diesmal eine Drohne. Immer noch. So, sehr gut. Die ist gut geworden eigentlich. Eigentlich ist die sehr gut geworden. Ich gebe mir genauere Informationen über was los ist. Okay, ich glaube, ich probiere mal, ob ich die hin kriege. Okay. Was ist noch da, ne? Das war knapp. Jetzt hätte ich mal in den Tower. Ach, er ist im Tower. Okay. Okay, er ist im Tower. Er ist immer noch da. Okay. Schade. Schade. Das ist ein übler Kameraspot, Leute. Finde ich auf jeden Fall. Also, den kennen auch nicht wirklich viele, den Spot. Den kennen wirklich nicht viele, den Spot. Oh, der, pass mal auf. Eine ganz krasse, asoziale Idee. Was ist die denn? Ach, sie ist da. Oh, wo? Ach, das ist ja auch ein Feind. Ach, hab ich echt Probleme damit, Feinde zu erkennen. Sie ist rotiert. Dein Scheißernst? Wer hat, vor allem, wie hat er mich jetzt getötet? Sie waren fein. Das hab ich nicht erkannt, ey. So eine Scheiße. Ich würd sagen, Dauerbleibler einfach. Schade, ey. Wir hätten die Runde, hätten wir eigentlich holen können. Hätten wir echt holen können, die Runde. Aber wir haben echt Fehler gemacht. Vor allem, ich hab, ich probiere mal aktuell damit, Feinde zu erkennen, ne? Richtig doof. Richtig doof von mir. Was ist denn los mit mir? Aber der Kamerospot war nice. Würde ich behaupten. Ah, scheiße. Läuft grad nicht so. Muss ich euch zugeben. Läuft grad nicht wirklich gut. Ach so, diesmal probieren wir... Ne, wir probieren wir das nochmal aus. Mit, ähm, mit, ähm, Mute. Weil wir gehen 100% wieder Waschküche. Ich sag mal, machen wir es auf jeden Fall besser. Es kann ja nicht sein, dass das... Das funktioniert. Ich weiß ganz genau, dass es funktioniert mit dem scheiß Jammer. Kann aber nicht wahr sein. Dass die einfach da den Jammer killen. Na, ich glaub, das ist die selbe Aufstellung wie in der ersten Runde auch. Wie wir eben hatten, mein ich. Wenn ich mich nicht irre, müsste das die selbe Aufstellung sein. Jetzt nochmal. Oh, Leute. Moment, da. Das müsste jetzt aber... Das müsste jetzt aber auf volle Möhre passen, oder? Mal ganz ehrlich. Das müsste jetzt volle Möhre passen. Dann kann man da jetzt keiner erzählen. Das müsste jetzt wohl volle Möhre passen. Ist egal, dass ich ein Ding wurde. Sollen sie doch ruhig wissen, wo ich bin. Ja, der geht die ganze Zeit einfach rum. Mit dem los. Ach, der war gejammt. Lol. Das war tatsächlich gejammt von hier unten. Ja, mega nice, ne? So, ich denke mal, auf jeden Fall die Dingenswirt hier nennen. Wir machen das wieder hier hin. Das war eben auch ganz gut, denke ich. Das hoffe ich zumindestens. Dass ein bisschen was bringt. Und sie macht auf jeden Fall hier ihre Jammer hin. Das hat sie gelernt. Für dich. Damit hier nicht dein Mirror-Spiegel gekillt wird. Und sie haben tatsächlich den... Fuck. Fuck, oder? Können wir es noch? Ne, ich glaube, wir können es nicht mehr retten. Jetzt rum. Wir können es nicht mehr retten. Ne, jetzt rum. Scheiße. Oh, nice. Schon wieder der. Das ist der, den ich eben mit dem Headshot gekillt habe. Hahaha. Very nice, ne? Okay, dann decke ich mal hinten. Mach mal hier dicht. Das Doofe ist, da wurde verstärkt. Das ist halt doof. Aber wir können ja zum Glück noch hier durchschützen. So, machen wir mal auf. Falls wir es brauchen. Mh, machen wir das hoffentlich da vorne. Ich versuche das jetzt mal hinten mal zu halten für die Jungs. Ey. Mein Punkt. Weg mit dir. Weg. 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 Wart sein, der weiß ja nicht, wo ich stehe. Aber hat er gut gemacht. Der weiß ja nicht, wo ich stehe. Der ist ja ganz rechts, weil die meisten denken, ich stehe ganz links. Deswegen gucken. Ja, okay, das ist die richtige Taste. Mich jetzt nicht nochmal verklicken. Falls jemand rotatet oder jemand hier durchkommt. Rett hinschmeißen. Ob 4, letzte Operator. Im Moment. Er wird euch nicht drauf gekommen. Ich glaube, er wollte durch den Dropper kommen, glaube ich. Schön der Effekt mittlerweile, finde ich cool. Finde ich cool den Effekt, dass er mittlerweile diese Bombe so pulsiert ist. Cool gemacht. So, jetzt müssen wir die Runde nur holen. Das ist die Attack-Runde. Weißt du was, wir spielen jetzt mal Montagne. Wir probieren das jetzt mal mit Montagne, die Runde zu holen. Der gute alte Montagne. Wir nehmen den Diffuser, weil ich den dann hinter mir fallen lasse. Wir gucken jetzt mal, ob wir das mit Montagne hinkriegen. Ich will die Runde jetzt hier gewinnen. Ich will die Runde jetzt auf jeden Fall gewinnen. Bin ganz gut dabei. Mit zwei Kills. Gut, ist nicht meine stärkste Runde, muss ich euch zugeben. So starke Runde habe ich bis jetzt eh noch nicht gehabt. Ist lange her, dass ich so gut war. Muss ich zugeben. Das ist einfach die Übung, die ich da drin habe. Aktuell habe ich einfach die Übung nicht mehr im Spiel. Das ist einfach so. Ich wette, die sind jetzt auch wieder Kinderschlafsäle oben. Bei? Ne, haben wir ja gerade verloren, ne? Müssten sie ja eigentlich auch Waschküche sein. Sind sie sogar. Sind Waschküche. Das haben wir nicht gesehen, das haben wir nicht gesehen, das haben wir nicht gesehen, das haben wir nicht gesehen. Sehr gut. Wir ziehen uns mal gerade weg. 3, 2, 1 Umdrehen So, alles klar Oh, ich hab den Revolver drin, oh nein Okay, warte, schloss der Ah, sehr gut Ah, das ist ja Zucker mit meiner neuen Maus Wie ich hier einfach Was halten kann mit dem Daumen, das ist ja voll nice Warum blendest du da jetzt rein, was bringt das? Lass mir das mal sagen Aua Wo fahre ich mich? Danke, genau das wollte ich Links, Kollege, links Das wollten wir Sehr nice, danke Okay Okay Sie haben die Gefühle. Sie sind in der Nähe. Sie haben die Gefühle. Sie haben die Gefühle. Wir können die Gefühle. Wir können die Gefühle. Die Gefühle ist auf dem Weg. Die Gefühle ist auf der Nähe. Sie haben die Gefühle. Du Idiot Lauf doch nicht vor Montagne mit dem Rücken zu Selber schuld Selber schuld, haben wir die Runde noch geholt Da war mir jetzt wirklich wichtig, dass ich die Runde jetzt noch hole Wenigstens, ich wollte das hier gewinnen Habe ich noch am Ende noch Die Runde geholt mit Montagne Sehr gut und ich spiele nicht immer so oft Montagne Ja nice, ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen Meine Lieben, ich hoffe ihr habt Spaß Lasst mir einen Kommentar da, wie ihr die Folge fandet Und wenn ihr noch mehr davon sehen wollt Schreibt es mir in die Kommentare Und vergesst nicht zu liken Vielen Dank fürs Anschalten, bis zum nächsten Mal Tschüss Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Tschüss 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 Bis zum nächsten Mal.